Da haben sie uns ja ordentlich in die Schnauze. Ich bin aber vorhin die Raketen rein gefahren. Ich dachte so, ich hab die ja geil weggefistet. Und dann kommen da diese 2 Millionen Raketen. Ich will mal reinzoomen in der Mauer. Ich hab das gemacht. Panzerfahren, die steuern wir euch. Aber die steuern steht mir nicht, dass das Musik hier laut. Alter, steht. Wecker, du kannst. Jetzt gehen wir hier durch die steuern. König fährt 11,8. Profit, wir haben einen Notruf auf Rush's sicheren Kanal aufgefangen. Over. Rush, wenn uns jemand helfen kann, dann er. Ich hole ihn. Gut, Rush. Ich habe neue Informationen zu Archangel. Wir ordnen gerade seine orbitale Position. Sie müssen sich vereilen. Er wird in 15 Minuten über New York sein. Schaffen Sie das. Wir sind nur noch ein paar Klicks von Rush's Signal entfernt. Wir suchen nach einer Spur von ihm und verschwinden wieder. Wir sehen uns am Trampfort. Hallo? Wie sehe ich das? Jockey, hallo? Ich muss hier mal ein Bonbon verdenken. Wenn du da in die Korps oder die... Das ist halt in den Filter. Klar, ich bin da nicht ruhig. Ich verbreue halt. Ah, gut! Okay. Alter. Da. One goes. Jawoll. Und Wechseladung. Wir nehmen das Gas. Kann man das modifizieren? Hallo. Ja, wir können ein Visier verbessern. Das sind aber nochmal die Aims. Profit, Landezone ist heiß. Ihre Luftabwehr wird vom externen Generator gespeist. Kannst du ihn erledigen? Over. Ich werde sehen, was ich tun kann. Leider haben wir ja nur wieder. Vier Schuss für die Gauss. Aber ich finde die Gauss geil. Oh, die Gauss. Ah. Special Mim. Geht irgendwie ganz schön was ab. Was? Die Luftabwehr dahinten. Dann gehen wir mal dahinten. Dann gehen wir mal dahinten. Wir bauen durchs Rennen übrigens keine Energie mehr. Das war ja früher anders. Ja. Profit. Profit. Wir haben Rush. Wir haben Rush. Wie ist dein Status? Konfus. Er redet nur wirres Zeug. Ich denke, er weiß nicht, wo er ist und wer wir sind. Aber körperlich ist er okay. Ich tippe auf ne Kriegsneurose. Er war immerhin mitten in einer Seth-Totesszone. Keine Ahnung, wie er das überlebt hat. Ja, das ist nämlich noch so eine Sache. Der Typ ist mich nicht ganz großartig. Er hat mich nicht gesehen. Was soll ich jetzt machen? was soll ich machen? RIGHT. Schwert, wird mir schwer sein. Es ist zu viel. Oh. Er. So, das ist halt Rush, oder was soll er tun? Kein sein. Wieso? Wieso? Ui, klappt. Wieso? 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 Oh. Er versteckt sich! Schnappt ihn euch! Wenn wir mal ein Bühnen fällen. Wie kann ich hier durchwachsen? Was ist so krass? Achso, ich kenne entweder die Rex Ladung oder den Paketenwerfer. Ich glaube die Rex Ladung sind eigentlich geiler. Was? Wie die den Dom nicht zerlegen. Ach, ich muss den kaputt machen. Jetzt können wir die Rex Ladung her. Reicht da nicht einen, oder? Ja. Flugabwehr deaktiviert. Du kannst jetzt landen. Alles klar. Dann geh jetzt zur Kontrollstation. Beeil dich. Der Lift müsste noch funktionieren. Over. Müsste? Jetzt hier bist du dir aber nicht. Blut? Das war ja gerade mega, ey. Der hat überhaupt nicht reagiert, wenn ich gedrückt habe. Und dann hat er auf einmal immer zureagiert. Das war halt falsch. Okay. Das machen wir noch mit hier. Also wir sollen jetzt zum Lüft gehen. Welchen Lüft? Also dahinter. Okay. Ich hab das einiges. Ich habe das kläte. Das ist schon mal eine Mut. Er ist sehr glücklich. Er ist sehr glücklich. Ich kann nicht noch mitlaufen. Wir können wir jetzt wieder einmal mitlaufen. Wir können ja jetzt nur mitlaufen. Ja. Wir können sie die Mut. Enfass mich. Wir können sie nicht. Oh yeah. inkompativen Hardware entdeckt das ist vollkompatibel mit uns wie wir damit rumlassen die sind geil, die knistert das ist ein Minigum zu erzeugen die sind jetzt runter, erzeugt um die blöden die blöden Geht, oder? Ja. Komm, der Wolf da. Woah! Das ist überwischt jetzt noch mal. Ich würde euch da in die Konsorten reichen feuern. Das ist so epic. Will ich das öffnen? Hey, halt da. Ja. Ich hätte wissen müssen, dass auf sie Verlass ist. Eine kluge Entscheidung. Arc Angel ist eine Gefahr für uns alle. Schnell, wir sind so weit gekommen, wir dürfen jetzt nicht alles verlieren. Da sagst du was, Junge. Dann hör auf, mir hier die scheiß FPS dran zu laufen. Psycho, die SEV feiern nicht mehr. Was ist da los? Die SEV lassen vom Ziel ab. Keine Ahnung warum. Over. Jetzt muss ich einfach... Okay. Wir brauchen die Runde, die Bänder. Die sind alle abgehauen. Warum bloß? Ich würde mich ja durchfeiern, wenn ich nicht so eine Stadt der SEV werde. Kann ich nicht mehr tun. Ich weiß nicht mehr, wenn ich nicht mehr durchfeiern kann. Dann hatte ich mehr vor. Jungen, man ist eine Scheiße, ich weiß nicht, wenn man sitzt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja. Wow. Besser Schütze ever, das Ding. Ja! Das ist dann mal ein bisschen Special Money Na ich glaube ich muss mal kurz umschauen Hier sind über Typhons Leute sind hier so ne Knister ey Geht er als Maschinen Ja Ah da wurde ich aber gar nicht aktiviert Man Ja ARCHANGEL ist in 5 Minuten hier! Zustand. Ich soll mich beeilen. Ja, Alter, ich krieg immer schon die falsche Taste. Durch. Manovision aktiviert. Eieieie. So, lass mich hier mal kurz Muni aussammeln. Du kennst ja keine Munition auswählen. Du? Egal. Okay.